Ach, das finde ich aber toll, dass du Laurin mal abholst, begrüßt mich Molly, als ich das Grundstück des Schlumpfloch-Kindergartens betrete. Ich meine einen leisen Vorwurf in ihrer aufgesetzten Herzlichkeit zu vernehmen. Molly umarmt mich. Ich verschwinde in Tüchern. Sie trägt immer Tücher, von oben bis unten. Gäbe es den Kopf nicht, wäre bei Molly ein Oben nicht erkennbar. Molly umarmt jeden. Grundsätzlich umarmt man sich hier in der älter verwalteten Kindergruppe Schlumpfloch e.V. gerne. Einer der Gründe, warum ich diesen Ort bisher meist gemieden habe. Ich bin nicht so der Umarmer-Typ. Franziska wollte für Laurin eine kleine Gruppe mit gutem Betreuungsschlüssel, wie man sagt. Sie wollte in der Struktur eines Elternvereins mitgestalten und bestimmen. Sie suchte eine Alternative zu den üblichen Kindergärten. Außerdem gäbe es bei Schlumpfloch nicht diesen Großküchenfraß, sondern vollwertige, von Eltern im Wechsel hergerichtete Speisen. Franziska musste beim Kochen diverse Verbotsregeln beachten und auf die unzähligen Allergien der Schlumpfloch-Kinder Rücksicht nehmen. Kein Weißmehl, keine Kuhmilch, keine Tomaten, kein Zucker und natürlich kein Fleisch. Als ein Kind mit einer Reisallergie aufgenommen wurde, wurde es eng. Ich glaube, zu dieser Zeit gab es dann mal für ein paar Jahre gar nichts zu essen und die Kinder durften hungern. Allerdings vollwertig hungern. Franziska musste fast wöchentlich zu Elternabenden oder AG-Treffen, die niemals vor ein Uhr nachts endeten und in denen über die vollwertigste Kinderzahnpasta diskutiert und Kampf abgestimmt wurde. Ganz selten bin ich dorthin gegangen. Einmal, erinnere ich mich, brachte ich Rotwein mit, was nicht bei allen gut ankam. Während ich Molly frage, wie es denn in den letzten Tagen mit Laurin gewesen sei, sehe ich im Hintergrund Wolle mit dem Akkuschrauber von der Leiter fallen. Es macht Batsch. Wolle liegt im Schneematsch. Doch er steht wieder auf. Ein Wolle ist nicht tot zu kriegen, schon gar nicht in seinem Revier. Ich spüre bei Laurin eine gewisse Aggressionsproblematik. Verstehe mich nicht falsch, Henning, aber Calvin Manuel kennt das nicht. Calvin Manuel diskutiert Konflikte aus. Euer Laurin macht dann aber leider sehr, sehr, sehr zu, geht bei der leisesten Kritik ganz, ganz stark in die Abwehr. Ich habe versucht, ihn in seiner Wut abzuholen, doch er wurde leider noch aggressiver. Kann ich gut verstehen? Wenn Molly mich in meiner Wut abzuholen versuchen würde, würde ich sie vermutlich, vermutlich, vermutlich umbringen.